Hallo Herr Seekräuter und willkommen zurück zum Ausblick. Eine kurze, kompakte Version soll das hier werden, aber ich bin nicht alleine, der Uwe ist mit dabei. Hallo. Hallo zusammen. Und wir wollen euch unsere Meinung zu Novel Training Center präsentieren. Wir wollen möglicherweise Wege aufzeigen, wie man diese Sache verbessern könnte. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das hier alle schon einen Tag nach dem Release des Forum-Beitrags hier moderieren können. Und ja, wissen jetzt schon, wie sie heute auf den, ja man kann schon sagen, Shitstorm der Community reagiert haben. Wir haben hier innerhalb von 24 Stunden mehr als 43 Seiten Kommentare. Wir haben hier, ja, Daumen nach unten, Angries und so weiter. Jede Menge bekommen, ich glaube auf kaum einen Beitrag in der Vergangenheit wurde so heftig reagiert wie auf diesen. Und ja, wir wollen euch erstmal die zwei guten Dinge hier präsentieren, aus unserer Sicht gute Dinge. Die Überarbeitung von Verbrauchsmaterialien. Aktuell gibt es noch Standard- und Premiumverbrauchsmaterialien, egal was für Typen. Ob ihr Schadensbegangssystem, Reparaturmannschaft, Defensive, Flakfeuer und so weiter. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, sondern die Premium-Eigenschaften der Verbrauchsmaterialien bleiben erhalten, aber die werden kostenlos. Das heißt, ihr alle da draußen müsst weniger Credits in Erwartung bezahlen, um diese guten Verbrauchsmaterialien zu nutzen. Und gleichzeitig bekommt ihr eine Aufladung mehr und die Abklingzeit wird sich verkürzen. Also besser geht es nicht. Eigentlich ein Win für uns als Spieler. Ist ein Geschenk, kann man nicht anders sagen. Und vor allem, viele vergessen es halt bisher, dass sie Premium-Benutzten fahren mit dem normalen. Das kann dann halt auch nicht mehr passieren. So ist es. Und dann kommen wir zum Matchmaker. Auch das ist was, was uns schon lange auf der Leber lag. Nämlich das Plus-2-Matchmaking. Und das wird in Zukunft wohl verändert werden. Wie gesagt, auch ich möchte nochmal darauf hinweisen, ihr seht es ja oben, Work-in-Progress ist eingeblendet. Das heißt, das kann sich also auch wieder noch verändern. Oder die Werte, die wir jetzt hier erwähnen, können sich verändern. Und zwar die statistische Erhebung, bevor ihr in ein Gefecht gematcht werdet, kann man sagen. Die letzten 20 Gefechte, die ihr gefahren seid, die werden erhoben. Und ja, es soll in Zukunft so sein, dass ihr die letzten 40 Prozent, also von den letzten 20 Gefechten, die letzten 40 Prozent nur Low-Tier sein dürft. Ja, das heißt, also acht Gefechte von den 20 Gefechten seid ihr Low-Tier gewesen, also in einem T10-Gefecht. In den übrigen 60 Prozent der Gefechte seid ihr entweder nur Minus-1 oder ebenbürtig oder sogar High-Tier. Ja, so kann man das ausdrücken. Das finde ich persönlich schon mal eine gute Sache. Ich weiß jetzt ganz genau, dass ich nur in 40 Prozent meiner letzten Gefechte Low-Tier sein kann. Das ist die erste Stufe. In der zweiten Stufe wird es eine Veränderung geben in der Zusammenstellung des Teams, nämlich, dass ihr auch nicht mehr ein Mono-Tier-Gefecht habt, also ihr das einzige T8-Schiff in einem T10-Gefecht seid. Es wird in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass ihr um die oder mindestens vier Schiffe der Achter in einem Team haben werdet und maximal fünf Zehner in einem Team, also in eurem Gefecht, so rum. Das ist also quasi ein bisschen fairer. Wenn ihr vorher alleine unterwegs wart als T8-Schiff, dann seid ihr ganz schnell gefokust worden, seid raus und ihr habt euch geärgert. Jetzt ist es eben so, dass sich nicht mehr die Masse der T10-Schiffe nur noch auf dich als einzelnen T8er konzentriert, sondern jetzt haben sie mehrere zur Auswahl. Und das macht es auch ein bisschen ausgeglichen. Natürlich werden T8er immer noch ein bisschen gefokust werden. Gut, aber man hat als, wenn ich mit drei, vier T8ern in einem Zehner-Gefecht, und da sind ja vielleicht noch neuner dabei, dann habe ich schon eher mal die Chance, als wenn ich als Kanonenfutter als einziger T8er irgendwo da lande, dann bin ich sowieso, weiß ich, ich bin im Fokus, ich bin weg. Das war nicht nur sehr unbefriedigend, das führte so weit dazu, dass die Leute T8 indessen nicht mehr gefahren haben. Es war mal die beliebteste Stufe, als noch nicht viele T10 hatten. Indessen ist es eine der unbeliebtesten Stufen, weil die alle sagen, ja, ich komme sowieso in Zehner-Gefechte. Genau. Das wird da vielleicht ein bisschen besser ausgewogen werden. Und es gibt natürlich, da, wie Uwe gerade schon sagte, es gibt inzwischen sehr, sehr viele Spieler, die auf T10 oder im Hightier-Bereich unterwegs sind, 8, 9, 10. Und da möchte Wargaming jetzt auch so ein bisschen euch Anreize setzen. Wie sie diese setzen, die Frage, die ist eigentlich leicht zu beantworten, sehr merkwürdig, mindestens sehr merkwürdig. Nicht gut durchdacht, um nicht zu sagen, wenn es denn so gekommen wäre, ganz furchtbar. Ja, so kann man das sagen. Wir können nämlich jetzt schon in der Vergangenheit sprechen, weil es jetzt definitiv schon weitere Überlegungen gibt, als das, was hier steht. Wie soll es denn, sollte es denn mal eingeführt werden? Ganz kurz umrissen, nicht in alle Details. Ihr solltet in das Naval Training Center einsteigen, nachdem ihr zwei T10 Zweige habt. Und solltet dann sagen, ich entscheide mich dafür, einen T10 Zweig zu komplett zu resetten auf T1. Die Erfahrungspunkte, die Credits, alles, was ihr habt, also hauptsächlich die Erfahrungspunkte, sollten dann auf der T1 Schiff des Forschungsbaums oder des Zweiges, welchen ihr resetet habt, gut geschrieben werden. Und ihr solltet euch dann wieder durchgrinden, und zwar von T1 hoch bis T10. Auf dem Weg da hoch bekommt ihr zwölf Ressourceneinheiten oder bekamt ihr zwölf Ressourceneinheiten. Zehn davon nationengebunden, also wenn ihr die britische Nation fahrt, dann ist das für die britische Nation vorgesehen. Und zwei freie Ressourcen, die ihr nationenübergreifend einsetzen konntet. Ja, also es gab da drei Module, die ihr dann so nacheinander freischalten konntet. Erstmal musstet ihr Level 1 machen, dafür brauchtet ihr möglicherweise circa 10 Einheiten, um dann das Modul 2 zu freizuschalten, weitere 20. Um dann das Modul 3 freizuschalten, weitere 30 Punkte. Die Sachen, die sie da erwähnt haben, waren zum Beispiel Trefferpunkteverbesserung von 15% oder Reduzierung der Streuungselipse um 10% oder Reichweite der Sekundäre und so weiter und so weiter. Absolut krasse Werte, die das Balancing noch schwieriger gemacht hätten. Und den Vorteil auf dem Spieler oder auf das Schiff, welches diese Module, verbesserten Module bekäme, noch krasser machen würde. Und ein, ja, also ein einfach krasser Aufwand. Ich würde doch niemals meinen T10 Forschungsbaum 2 komplett resetten und einfach wieder von vorne anfangen, weil mir so viel Spaß gemacht hat oder so eine Sachen. Ich konnte diese Variante, die Idee dahinter überhaupt nicht verstehen. Das ist so, also die Idee dahinter kann ich verstehen, aber die Art und Weise kann ich nicht verstehen. Und, ja, es gibt ja wirklich einen riesen Aufschrei schon in der Community. Also es ist, wenn ich mal einhaken darf, es ist ja aus mehrererlei Hinsicht unsinnig, das so zu gestalten. Zum einen, es fördert natürlich diesen Pay-to-Win-Gedanken, weil die ersten haben schon ausgerechnet, für einen kompletten Baum müsste ich 98 Euro investieren, damit ich das wieder in Free-XP umwandeln, damit ich mich da einfach durchackere, weil ich muss nur mit jedem Schiff in jeder Stufe nur ein Gefecht gewinnen, dann darf ich es überspringen. Also es wäre unsinnig. Die Ergebnisse, die Module würden das Ungleichgewicht so stark fokussieren, dass die anderen, die darauf keine Lust hätten oder nicht die Möglichkeit haben, einfach sehr frustriert werden. Und dann frage ich mich, wie stelle ich mich denn als Neuer an? Ich komme neu in das Spiel und sage, wie jetzt? Ich muss mich das erste Mal durch bis zu T10 hochackern, um dann vielleicht noch zweimal den gleichen Baum durchzugrinden. Ja, das ist Wahnsinn. Und grinden, da machen wir uns mal nichts vor. Das hat schon andere Spiele, andere Online-Games zu Tode gebracht. Und das würde es hier auch, weil da hätten die Leute einfach keine Lust zu. Genau. Natürlich, klar. Es ist, die Mehrzahl der Spieler ist indessen bei T10. Nicht nur mit einem Baum, sondern vielleicht so mit mehreren. Und irgendwo bis auf Clan Wars, ja, wo ist denn der neue Endcontent? Da, dass sich Wargaming sagt, okay, wir müssen denen irgendwas bieten und wir müssen irgendwas machen und wir können nicht ständig nur neue Schiffe raushauen. Das bringt es dann auch nicht. Abgesehen davon kostet das auch sehr, sehr viel Zeit und Energie. Was machen wir also? Und die unteren Tierstufen, die werden zu selten gefahren. Das ist richtig. Man versucht ein T4- oder T5-Gefecht zu starten. Da sitzt man schon mal eine Weile und wartet, weil es einfach zu wenig Spieler gibt dafür. Aber das kann man doch auch anders machen. Da muss ich doch keine überdimensionalen Chuck Norris-Module raushauen, die den Rest dann dagegen aufbringen und eine Neidkampagne schüren. Wir haben vorhin im Vorfeld schon mal darüber gesprochen und wie du richtig sagtest, an die Feldzüge. Warum nicht einfach mal neue Feldzüge reinbringen oder Unternehmen der Woche. Genau. Da kann ich jetzt fünf Sterne erreichen und dann war es das. Warum konzentriere ich das Unternehmen der Woche nicht auf Tier 4 bis Tier 7 und schmeiße Belohnungen raus? Ich sammle dort Punkte, so wie man es hier jetzt auch macht. Nur ich sammle dort Punkte und kriege dann, wenn ich was, was ich das drei, vier Mal gemacht habe, kann ich mir dann irgendwas Schönes im Arsenal dafür eintauschen. Also es gibt ganz viele andere und bessere Möglichkeiten, glaube ich. Ja, gibt es. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt heute schon ein Tag nach dem Release des Forums und wir haben glücklicherweise die Situation, dass wir euch jetzt schon mal zeigen können, was Wargaming oder wie Wargaming auf den Großteil eurer Reaktionen reagiert hat. Nämlich, dass sie Punkt Nummer eins, die Kampfbuffs werden deutlich kleiner als ursprünglich angekündigt. Anstatt eines großen Sprungs in den Schiffwerden zu machen, werden es viele kleine Verbesserungen sein. Und das auch nicht nur Kampfbuffs, sondern eben auch optische, wie sagt man, Kosmetika oder eben Ressourcendinge. So was könnte in Zukunft dann ins Spiel kommen. Es soll breiter gefächert werden, anstatt klein und dafür besonders stark. Es soll das Spiel diversifizieren. Darauf haben sie sich jetzt schon mal heruntergebrochen oder eingelassen, wenn man dazu sagen möchte. Das persönlich finde ich auch viel, viel cooler. Ich möchte nicht, also den Ansatz dahinter, ja. Ich möchte keine Bayern fahren, die genauso aussieht wie die andere Bayern. Das ist doch eine der Sachen, die wir als Mensch auch von Hause aus sagen. Oh, ich möchte mich schon ein bisschen unterscheiden von dem anderen möglicherweise. Und ich finde diese Variante zu sagen, okay, wir wollen nicht mehr unbedingt nur noch Kampfbuffs da reinbringen, sondern auch halt optische und so Sachen, finde ich auf jeden Fall schon mal mehr sinnvoller. Und wenn sie Kampfbuffs bringen, dass die dann auch deutlich kleiner im Vorsprung sind. Also ich hoffe doch, eigentlich hoffe ich, dass es gar keine Kampfbuffs gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das hat Wargaming hier unten leider auch gesagt, dass Kampfbuffs wichtig sind, weil ohne Kampfbuffs würde das System halt auch nicht diese Riesenmotivation bringen, die sie sich davon erhoffen. Es fördert den Ehrgeiz, es fördert den Ansporn. Ich will besser sein als der andere und damit kann ich es mir erspielen. Grundsätzlich finde ich es ja, und jetzt mal zur Pro-Variante, also zur positiven Variante, ich finde es ja gut, dass Wargaming sich Gedanken macht und sagt, wir hauen euch nicht immer nur neue Schiffe raus, sondern wir überlegen, okay, habt ihr noch Lust am Spiel? Wie können wir es weiterentwickeln? Das ist ja etwas, und dass sie es vor allem im Vorfeld mit der Community teilen und besprechen. Viele andere Spiele, die knallen einem einfach etwas hin, biss oder stirb, habt Spaß dran oder geh. Wargaming war immer wichtig, was die Community sagt. Solange ich diese Spiel spiele, haben sie immer Sachen im Vorfeld publiziert, besprochen, manchmal auch verändert, manchmal auch zurückgenommen. Sie haben auch Fehler gemacht, dafür haben sie sich entschuldigt. Wir werden niemals solche Schiffe im Arsenal oder im Shop verkaufen, dann haben sie es auch gemacht und so. Okay, klar, funktioniert nicht immer alles, aber ich finde es gut, dass sie sich Gedanken machen und dass sie darüber sprechen. Und ganz ehrlich, es gab heute einen Livestream von Wargaming. Die beiden taten mir echt leid, weil es hagelte Kritiken, es hagelte wirklich ein Shitstorm ohnegleichen heute. Ähm, die mussten das beide ausbaden, obwohl sie es sicherlich nicht verbrochen hatten. Ähm, aber das ist ihr Job. Ein Stück weit ist es halt auch ihr Job und es ist auch wichtig und da möchte ich euch alle da draußen nochmal drauf aufrufen, zu aufrufen. Ihr habt eine Stimme, ihr seid Teil dieser Community. Ihr seid, ähm, ja enorm wichtig für Wargaming. Macht euch das bewusst. Ihr seid die Spieler, diejenigen, die Wargaming möglicherweise Geld bringen und nutzt eure Stimme. Ihr leben glücklicherweise in einer Demokratie, auch wenn es ein russischer Entwickler ist, das hat damit ja nichts zu tun. Auch die hören, wie Uwe eben schon gesagt hat, auf ihre Spieler, auf ihre, ja am Ende halt auch Einnahmen. Ja, und, ähm, ich kann euch nur aufrufen, seid konstruktiv, seid kreativ und geht ins Forum, schreibt eure Meinung. Eure konstruktive, aufrichtige, ehrliche Meinung, ohne dabei unhöflich zu werden, denn die unhöflichen Kommentare, die ignoriert, selbst ich ignoriere unhöfliche Kommentare unter meinem Video in der Regel. Ja, der, der nun nerven will, wird entweder gelöscht oder wird ignoriert. Und, ähm, von daher, ich möchte euch motivieren. Nutzt eure Emojis, die ihr hier unter dem, äh, unter dem Artikel findet, mit Daumen nach unten, wie auch immer, was ihr, wie ihr diese Sache findet. Ich möchte euch jetzt hier kein Vote in die, äh, in den Mund legen. Äh, eure ehrliche Meinung ist gefragt. Schreibt sie, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und schreibt eure Meinung da drunter. Dann habt ihr das getan, was ihr tun könnt, damit diese Sache, ja, verändert wird. Ja, ich kann damit nicht leben, was sie hier vorgestellt haben. Und ich möchte das auch nicht. Und es würde meine Spielfreude an diesem Spiel definitiv beeinflussen. Und, ja, deswegen... Ja, es gab schon viele, die gesagt haben, dann höre ich auf. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, was wir machen sollten, ähm, und das ist jetzt wirklich kein Witz, aber es gibt nach wie vor ganz viele Leute, die vom Forum noch nie was gehört haben, die nicht wissen, wo sie da hinkommen. Wir werden euch das als Link in die Beschreibung setzen. So machen wir das. Und, ja, seid ihr ja schon gewohnt, immer unsere Nachrichten, unsere Flaschenpost, etc., wenn wir Videos machen, dann findet ihr die Quellen unserer Nachrichten unten als Link in der Beschreibung. Und deswegen, äh, werdet ihr auch diesmal da fündig werden, um eure Meinung äußern zu können. Jetzt hoffen wir beide, ja, dass euch diese kleine Ausblick-Video, ähm, ja, positiv gestimmt hat, ähm, zu manchen Änderungen und euch vielleicht zum Nachdenken angeregt hat für manch andere Änderungen und, ähm, dann ihr eure Sache nutzt. Die Comfort hat's gefallen. Wenn dem so ist, setzt einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Ausblick-Videos oder auch Schiffseinweisungen, etc., pp. verpasst. Ihr findet oben in der gelben Leiste die ganzen Social Medias, wo wir vertreten sind, wenn ihr zum Beispiel noch Interesse habt, äh, uns woanders zu folgen. Ja, wir haben auch noch einen Discord-Server, findet ihr alles unten. Ich will es jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Ich danke, oder wir beide, danken für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Und, ja, wir sagen einfach, ciao, ciao. Genau, macht's gut, alles wird gut für den, der warten kann. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.